hier ist unser schönes bambuskissen angekommen ist natürlich nicht aus reinem bambus es ist ein innenkern und es ist ein bezug den man abnehmen und waschen kann ich würde trotzdem empfehlen einen drüber zu setzen weil ansonsten dieser passgerechte umschlag bezug natürlich wenn er gewaschen ist erstmal trocknen muss so und hier kann man jetzt sehr schön sehen was das unterm strich ist also das ist der hammer da legt man sich rein und es ist wie knetgummi und das macht halt einfach spaß darauf zu liegen es drückt nicht es nervt nicht und du filmst gerade die matratze und mein sohn will es gerne haben wollte es nur einmal zeigen das garantiert einfach dass man diese den ganzen druck immer auf den ohren und auf dem nacken nicht mehr hat also das ist schon faszinierend was da so ein kissen kann und nach allen seiten bekannt